Hier ist Uli! Bei den Anhängern scheint Uli Hoeneß beliebter zu sein denn je. Sprechchöre für den Präsidenten des FC Bayern. Es ist fast so wie bei der Jahreshauptversammlung. Und Hoeneß genießt den Besuch im schwäbischen Hochfernweiler. Sein wohl letzter öffentlicher Auftritt vor dem im März beginnenden Steuerprozess. Hoeneß nutzt die Gelegenheit, nochmal Eigenwerbung zu betreiben. Ich möchte mich jetzt hier nicht zum Heiligen machen. Jeder weiß, dass ich einen riesen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass ich deswegen ein schlechter Mensch geworden bin. Mit dem Beifall sind die Hoeneß-Festspiele eröffnet. Gekonnt und moderat, wohlbedacht, nicht überheblich zu klingen, antwortet er auf Fragen zur Dominanz des FC Bayern. Es werden einige Vereine uns weiterhin Schwierigkeiten machen. Dazu zählt natürlich Dortmund, dazu gehört natürlich Leverkusen, dazu gehört vielleicht Wolfsburg, die jetzt nochmal aufgerüstet haben. Schalke, wenn in guter Form ist, ist immer ein gefährlicher Gegner. Aber das liegt in erster Linie nicht an den anderen, sondern an uns. Im Moment sei der FC Bayern der beste Verein der Welt, sagt er dann. Was aber nicht heißen soll, dass man den Champions-League-Titel mal eben so einfach verteidigt. Man kann nicht so arrogant sein, zu sagen, wir sind nicht zu schlagen. Ich sage, wir haben beste Voraussetzungen, um uns auf die nächsten Jahre in der europäischen Spitze zu etablieren. Aber ob man am Ende 1., 2., 3., oder 4. wird, das kann man nicht behaupten. Gerüchten um weitere hochkarätige Neuzugänge erteilte Hoeneß eine klare Absage. Der Lewandowski-Transfer habe sehr viel Kraft gekostet. Der Präsident will besser erst mal sein beliebtes Festgeld auf dem Konto anhäufen. Wir haben jetzt die Chance, nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch die Kriegskasse etwas zu füllen, indem wir auch in diesem Jahr und im nächsten vielleicht mal richtig schöne Gewinne machen. Mein Traum wäre, dass wir mal 30, 40, 50 Millionen Gewinn machen und für den Tag X uns vorbereiten, wenn wir mal wirklich wegen Verletzungen oder wegen Problemen was tun müssen. Da ist sie wieder, die Abteilung Attacke, mit besten Grüßen an die Konkurrenz. Uli Hoeneß in Bestform. Nun freue er sich auf den Rückrundenstart in Mönchengladbach. Bayerns Niederlage in Salzburg kam ihm ganz gelegen. Umso mehr würden die Münchner am Freitag in Topform antreten.